Es begann an Terminal 3, eine Weihnachtsgeschichte. Meine Damen und Herren, wir haben eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie. Ach ja, diesen Satz. Oder vielmehr solch einen Satz. Wer hört sowas schon gerne? Wer will schon etwas Gutes hören, wenn er doch weiß, dass dies unumstößlich damit verbunden ist, auch etwas Schlechtes zu hören? Man kann sich überhaupt nicht freuen, da man weiß, jene Freude wird sowieso unmittelbar gebremst. Und dann sowas auch noch am Weihnachtsabend. Ja, richtig. Weihnachten. Die Zeit der Besinnlichkeit. Die Zeit, in der man mit seinen Lieben zusammenkommt und die gemeinsame Zeit genießt. Im Wohnzimmer und in dem Weihnachtsbaum ihres beschaulichen Hauses, im Gottesdienst mit der Gemeinde und andere im Urlaub mit ihrer Familie. Alles denkbar schönere Orte, um schlechte Nachrichten nicht so schlecht sein zu lassen. Aber wer weiß. Meine Damen und Herren, wir haben eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie. Stellt euch nun vor, ihr hört das im Wartesaal eines Flughafens. An Weihnachten. Das ist schon wirklich das Letzte, was man hören möchte, vor allem, wenn der eigene Flug ohnehin schon zwei Stunden Verspätung hat. In dieser Odyssee befinden sich die Personen unserer Geschichte. Nach dieser Ansage nahm die Nervosität gleich gefühlt ein paar gerade zu. Die schlechte Nachricht. Wir fliegen nicht. Die gute Nachricht. Wir fliegen nicht. Allgemeines Aufstöhnen. Und doch gemischt mit einer gewissen Erleichterung. Wer möchte schon in einem Flugzeug sitzen, das besser nicht fliegen sollte? Es war nicht allzu voll, aber es wuselten doch etliche Menschen durch die Gänge, meistens einfach auf der Suche nach Beschäftigung. Warten kann eine äußerst anstrengende Angelegenheit sein. In den Lautsprechern dudelten die typischen Weihnachtslieder. Spannend, was für Leute sich an einem 24. Dezember im Flughafen aufhalten. Wer fliegt denn schon an Weihnachten um die halbe Welt? Vermutlich geht es zur Familie. Oder man hat gar keine Familie. An seinem Flughafen sitzen so viele Geschichten nebeneinander, also die Geschichten der Menschen. Meistens haben sie nichts miteinander zu tun. Interessant wird es dann, wenn sich diese Geschichten berühren. Ein junger Mann in grauen Jogginghosen und gelben Kopfhörern saß ungeduldig mit den Beinen wippend auf einer jener ungemütlichen Bänke im Wartebereich des Flughafens. Um genau zu sein, im Terminal 3. Das Wippen seiner Beine nahm derartige Ausmaße an, sodass er es nicht mehr aushielt und zum Erstaunen seiner Nachbarin mit einem Mal aufsprang. Energie. Zu viel Energie. Aber das Gate war zu klein, um ausgiebige Runden laufen zu können. Abgesehen davon wäre es wohl nicht allzu schlau, sein Gepäck allein zu lassen. Also setzte er sich wieder, unverrichteter Dinge. Was tun? Was tun? Ein alter Mann in weinrotem Polunder klapperte ohne im ersten Augenblick ersichtliches Ziel durch die Wartehalle. Die Augen des Sportlers folgten ihm abschätzig. Zu seiner Verwunderung bückte sich der Alte, hob etwas geschickt mithilfe seines Gehstockes auf, ging zurück und legte es auf einen der Stühle. Kurze Zeit später kam eine junge Frau mit Baby zurück, die sich offenbar darüber freute und verwundert nach dem Helfer Ausschau hielt. Leicht irritiert blickte der Sportler erneut zum alten Mann. Dieser hatte sich währenddessen in Richtung Kaffeeautomat aufgemacht. Am gegenüberliegenden Ende ihres Wartesaals hantierte eine Geschäftsfrau mit ungefähr zwei oder drei Handys herum. So ganz klar war das nicht, da nebenbei auch noch ein Tablet und ein Laptop bedient wurden. Sie hackte auf der Tastatur herum, als bräuchte man die Kraft eines Ochsen, um die Buchstaben zu regieren. Je länger man ihr zusah, umso mehr musste man sich wundern, wie sie an diesen Job gelangt war. Es machte ihr offensichtlich keinen Spaß und die Menschen um sie herum warfen ihr verständnislose Blicke zu. Der alte Mann tauchte mit einem Kaffeebecher neben ihr auf und mit einem freundlichen Nicken stellte er die Tasse neben die gestresste Frau. Kaum stand diese neben ihr, griff sie danach und trank einen Schluck. Man konnte ihr regelrecht ansehen, wie gut ihr das heiße Getränk tat. Erst als sie den Kaffee wieder abstellte, realisierte sie, dass ihr den jemand dahingestellt haben musste. Sie schaute suchend nach ihrem Wohltäter auf und erblickte den älteren Mann, der langsam von ihr wegschlenderte. Der junge Sportler hatte die Szene beobachtet und war immer noch verwundert. Dennoch zauberte es ihm ein kleines Lächeln aufs Gesicht. Er folgte dem Mann noch etwas mit dem Blick, dann wurde dieser wieder auf die Geschäftsfrau gelenkt, die mit ihrer Nachbarin ein Gespräch begonnen hatte. Sie zeigte gerade in die Richtung des alten Mannes. Anscheinend hatte sie die gute Tat gesehen und war darüber genauso erstaunt wie die Beschenkte selbst. Die Sitznachbarin war eine relativ kleine Erscheinung in beige. Alles von Kopf bis Fuß war beige. Naja, abgesehen von ihren dunklen Haaren und den matschbraunen Lederschuhen, aber womöglich war das ja tatsächlich einfach nur getrockneter Schlamm. Das Gespräch nahm augenscheinlich eine unerwartete Wendung, da die kleine beige Erscheinung lauter seltsame Gegenstände aus ihrem Rucksack hervorholte und sie nicht ohne Stolz der Geschäftsfrau präsentierte. Der junge Sportler richtete sich etwas weiter auf und bemühte sich, ein paar Wortfetzen mitzubekommen. Allerdings meinte gerade in diesem Augenblick, eine reisende Bläsergruppe ein spontanes Weihnachtskonzert geben zu müssen. Und obwohl ihm das normalerweise Freude gemacht hätte, ertappte er sich zu seiner eigenen Überraschung dabei, wie er nach einem Platz in der Nähe der beiden Frauen Ausschau hielt. Gerade wurden einige frei, da manch ein Fluggast fluchtartig das Gate verließ, um dem Lärm zu entkommen. Doch so richtig traute er sich wohl nicht. Mit einem Mal klopfte es auf seine Schulter. Der alte Mann stand neben ihm und bedeutete ihm mal eben zur Hand zu gehen. Selbstverständlich stand der junge Mann auf. Doch als er sich nach getaner Arbeit wieder setzen wollte, saß dort der alte Herr. Dieser grinste ihn verschmitzt an, zeigte auf einem Platz gegenüber der beiden Damen und sein Blick sagte deutlich, Na geh schon. Was er dann auch tat? Die Geschäftsfrau war kurzzeitig abgelenkt gewesen und hatte gesehen, dass ein junger Sportler in Grau ihrem Kaffee-Opa bei etwas half. Jedoch wurde ihre Aufmerksamkeit sehr schnell wieder auf das Gespräch mit ihrer Sitznachbarin gerichtet. Als sie das nächste Mal in Richtung des jungen Mannes sah, war sie erstaunt zu sehen, dass dort jetzt der ältere Herr saß. Das Knistern einer Verpackung lenkte ihren Blick auf die Person ihr gegenüber. Gerade als sie in ihm den Sportler von vorhin erkannte, ertönte ein Knurren. Sogar ein recht lautes. Erschrocken drehte sie sich zu der Frau neben ihr. Auch der Sportler hatte das Magenknurren gehört, hatte aufgehört zu kauen und sah mit großen Augen zu der Erscheinung in beige. Dieser hatte etwas Rot in den Farbmix bekommen, auch wenn es ja erst dadurch zu einem Mix wurde, aber lassen wir das. Als dieser Sportler seine Perplexität überwunden hatte, griff er in seine Tasche und holte zwei weitere Riegel hervor. Dieser bot er den beiden Frauen an. Es begann ein fröhlich-genüssliches Schmausen. Es war zwar kein typisches Weihnachtsessen, aber für den Moment einfach herrlich. Selbst das warme Wasser und der mittlerweile kalte Kaffee schmeckten ganz ausgezeichnet. Und so fanden drei, nein vier vollkommen verschiedene Personen zusammen und machten eine eigentlich nicht so angenehme Situation zu einer doch sehr schönen Erfahrung. Es war ein wenig heller geworden in den Gesichtern unserer Flughafengenossen. Ganz ohne Worte. Klein. Unscheinbar. Ja, wie heißt es so schön, Taten sagen mehr als Worte. So leicht kann es sein, wenn man sich selbst ein wenig leuchten lässt. Man weiß es ja eigentlich, auch kleine Funzeln erleuchten dunkle Ecken. Ein wenig mehr Licht vertreibt Ängste, Kälte, Blindheit und viele andere Dinge, die uns davon abhalten, zu sehen. Und letztlich, ja, zu lieben. Eine alte Prophezeiung von Jesaja sagt über den, der in die dunkelste Nacht gekommen ist, und es klingt wie eine Hymne, die Worte, die gewählt wurden, berichten von einer wahrhaft guten Botschaft. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein helles Licht. Über denen, die im Land der Finsternis wohnen, geht ein Licht auf. Du weckst den Jubel, machst die Freude groß. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Das wird der künftige Herrscher sein. Gott hat ihm seinen Namen gegeben. Wunderbarer Ritter, kraftvoller Gott, Vater der Ewigkeit, Friedensfürst. Seine Macht reicht weit, und sein Frieden hört nicht auf. Er regiert sein Reich, seine Herrschaft, hat für immer Bestand, denn er stützte sie durch Recht und Gerechtigkeit. Der Herr, der allmächtige Gott, wird dies eintreffen lassen. Leidenschaftlich verfolgt er sein Ziel. Freude, Frieden, Kraft, Recht, Gerechtigkeit, Licht. Alles begann ganz unscheinbar in einem Stall, und das Licht dieses Stalls war sicher nicht besonders hell. Aber es leuchtet dennoch bis in unsere Zeit hinein. Vielleicht auch in dein und mein Herz hinein. Und wird schließlich sichtbar durch kleine Dinge. Ein heiteres Nicken. Eine aufmerksame Geste für einen völlig Fremden. Ein freundschaftlicher Stups in die richtige Richtung. Sehen und sichtbar machen. Da strahlt Licht auf. Mit mir und mit dir fängt es an. Und deshalb wünschen wir uns noch einmal mehr. Frohe Weihnachten. Möge Gottes Licht in uns leuchten und uns zusammenbringen, auf das es immer heller werde. Bis er kommt. Es begann an Terminal 3 ist eine Geschichte von Naemi Steffen, Gabriel Simon und Juliane Schmidt Mit Julius Thor Naemi Steffen, Gabriel Simon und Juliane Schmidt Bir neue Tale